Also ich habe zu Hause Giasminchen. Ich habe letztens entdeckt Grün-Tee mit Pfefferminze. Das fand ich lecker. Ich weiß, dass er sehr gesund ist. Also mein Mann sagte mal, man sollte am Tag eine Tasse Grün-Tee trinken, weil der grüne Tee sehr viel Antioxidantien besitzt. Ich mag diese Kombination, dass hier die Waschmaschinen sind und die Trockner und aber auch die Bar, wo man nicht nur was trinken kann, sondern auch was essen kann. Ich trockne hauptsächlich Wäsche, weil die Wohnung eben doch nicht groß genug ist, um immer auch die ganzen Wäsche zu trocknen dort. Oder dann ist es einfach schön, wenn man die so trocknen kann und dann hat man die aus der Wohnung. Und trotzdem sitzt man hier nicht wie in einer Waschküche, sondern man kommt hierher und es hat eigentlich eher einen Wohnzimmercharakter. Ich finde die Beleuchtung hier auch schön. Es ist dunkel, nicht zu hell und dadurch kommt vielleicht auch dieses ruhige Gefühl. Es kommt immer jemand vorbei. Ich finde die Menschen mit hier sehr offen, unterhalten sich auch mal gerne, wenn man an der Bar sitzt und was sprechen möchte. Vielleicht einfach nur über Dinge, die man gerade in der Zeitung gelesen hat. Man redet miteinander und dann geht man auch wieder und es ist einfach ein Gespräch gewesen. Dass man hierher kommen kann, sich wohlfühlen und ganz normal sein kann.